Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen der Predigt beten. Amen. Ihr habt hoffentlich den Großteil der Geschenke schon bewältigt, aber Weihnachten ist ja ein Familienfest mit Familienbesuchen meistens. Das kann sich ja noch weit herausstrecken, besonders für die Kinder, wo es noch von Großeltern, Tanten und Onkeln später Geschenke gibt. Ein Familienvater resümierte neulich, jetzt weiß ich, warum Weihnachten meiner Kindheit so schön war. Ich musste die Geschenke nicht bezahlen. Nun geht es in der Weihnachtsbotschaft nicht um Geschenke, nicht darum, wie viel wir Deutschen für Geschenke jedes Jahr ausgeben, sondern es geht um das größte Geschenk, was Gott uns gemacht hat, nämlich Jesus Christus selber. Und der Apostel Paulus verfasste immer wieder in seinen Briefen so kurze, prägnante Texte des Glaubens, Glaubensbekenntnisse. Und einen solchen Text schreibt er auch an Titus, den wir schon in der Lesung gehört haben. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen den ungültigen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken, das sage und ermahne und weise zu Recht mit ganzem Ernst, niemand soll dich verachten. Weihnachten, das ist der Basis und der Grund der frohen Botschaft, die hier formuliert wird. Deshalb schauen wir uns hier den ersten Vers besonders an, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und ich will die Weihnachtspredigt hier überschreiben mit der Weihnachtshammer. Weihnachtshammer erstens ist ganz merkwürdig erschienen, zweitens als heilsame Gnade Gottes und drittens allen Menschen. Der Weihnachtshammer ist ganz merkwürdig erschienen. Wenn ein König erscheint, dann gibt es ja einen riesigen Staatsempfang, auch heute noch, wenn Präsidenten, Regierungschefs kommen, militärische Ehren, da werden Menschenmassen herangeführt, die jubeln sollen, in den Hauptstädten passiert sowas. Und eine Großtante von mir, die ging, das war so vor dem Ersten Weltkrieg, aber ich habe sie noch kennengelernt in meiner Kindheit, ist ganz alt geworden, ging sie gern so spazieren an der Elbe und da machte sie Bekanntschaft mit einem älteren Herrn und erzählte als Kind ihm alles aus der Familie und alle Ansichten und so. Und dann stellte sich bald heraus, dass es der sächsische König war. Der machte das nämlich, er ging ganz gerne zivil unter dem Volk spazieren und hörte, was das Volk so über ihn und über die Regierung redete. Und er war ja extrem beliebt, der Friedrich August III. Und so ist auch Gott. Er geht unerkannt unter das Volk. Ganz merkwürdig erscheint er in der Weltgeschichte. Wenn es nach politischen Maßstäben gehen sollte, dann müsste Gottes Sohn in Rom geboren werden. Damals herrschte dort der Kaiser Augustus. Von dort wurden die wichtigen Entscheidungen in diesem Weltreich getroffen. Das reichte von Spanien, Frankreich, Süddeutschland, Rumänien, die ganze Nordküste Afrikas bis nach Syrien eben. Ein riesiges Reich, das ganze Mittelmeer war kontrolliert von den Römern. Gott erscheint ganz im Osten, in einer völlig unbedeutenden Randregion des Römischen Reiches. Dort liegt damals das Königreich des Herodes. Und Gott erscheint nicht in der Hauptstadt Jerusalem, wo ein Palast stand und der Tempel. Gott erscheint in dem kleinen Kaff von vielleicht tausend Einwohnern von Bethlehem. Aus Bethlehem stammte zwar der König David, aber das war auch nur seine Kinderstube, wo er da als Hirte gelebt hatte. Später seine politischen Laufbahnen hat er in Hebron, Jerusalem gemacht, bei den Philistern, aber nicht in Bethlehem. Das wäre ungefähr so, wenn wir Deutschen, wir hatten ja auch mal einen mächtigen König, den Kanzler Kohl. Und der hatte ja sein Bungalow bekannterweise in Oggersheim. Das wäre so, wenn wir sagen würden, die neue politische Hoffnung, der Deutschen kommt aus Oggersheim. Da würde man auch schmunzeln. Bethlehem, da war nicht viel los. Und da, wo nicht viel los ist, da kommt Gott rein. Da offenbart sich Gott. Gott erwählt das Kleine und das Unbedeutende. Und ich weiß nicht, wie es dir in dieser heiligen Nacht geht, wie du dein Leben empfindest. Fühlst du dich wichtig und erfüllt? Oder sind es immer wieder die gleichen Baustellen, mit denen du zu kämpfen hast? Du dominierst so Gedanken, es ist doch alles vergeblich. Jedes Jahr mache ich mir Mühe, das und das zu erreichen. Und dann guckt man drauf und es ist relativ wenig geworden. Die Arbeit, die Familie, so viel habe ich mir vorgenommen. Vielleicht fühlst du dich auch zu unbedeutend. Wir haben ja gerne Träume von Heldentaten, die wir begehen würden. Guckt man einen Actionfilm und denkt, das wäre cool. Aber wir wissen, unser Leben bleibt hinter den Fernsehbildern zurück. Gott ist in Jesus Christus, in Jesus von Nazareth, ein Mensch geworden. Er war kein Kaiser. Er war Kind einer armen Familie in Bethlehem auf der Durchreise, die sich nicht mal ein ordentliches Hotel leisten konnten. Okay, es war Messe, die Preise waren sehr hoch, alles war belegt. Du bist nicht unbedeutend. Du bist für Gott erst recht nicht unbedeutend. Er will mit dir in Kontakt treten und will die Welt durch dich verändern. Vielleicht nicht die ganze Weltpolitik, aber überleg doch mal, wie viel Kontakt du so im Laufe des Jahres zu Menschen hast. Für wie viele Menschen du wichtig bist, in deiner näheren Umgebung, in der Familie, für Freunde. Und wie viele Menschen noch daneben sind, die du alle positiv beeinflussen kannst und vielleicht ja auch schon tust. Du bist wichtig. Und gerade jetzt, wo Weihnachten ist, merken wir das, wie groß die Familie ist oder eben auch wie klein. Aber auch die entfernte Familie, wo man auf einmal eine Karte herbekommt, eine E-Mail, eine Sprachnachricht. Das ist wichtig. Der Sohn Gottes ist im unbedeutenden Bethlehem auf die Welt gekommen, ganz merkwürdig. Und er kommt auch durch dich in diese Welt. Er will durch dich in diese Welt kommen. Und zweitens, der Weihnachtshammer ist die heilsame Gnade Gottes. Warum feiern wir Christen eigentlich Weihnachten so groß? Das ist ja der Geburtstag von Jesus von Nazareth. Und die Geburtstage anderer großer Männer und auch Frauen, die erinnern wir uns nicht so groß. Die werden auch mal begangen, bedacht, aber so ausführlich gefeiert wie das von Jesus Christus, gibt es wohl kein anderes Fest. Und der Grund darin liegt, dass Jesus Christus als die heilsame Gnade Gottes erschienen ist. Unser Heil, dass du im Inneren Frieden mit Gott finden kannst. Darum geht es, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst. Dafür wurde Weihnachten die Grundlage gelegt. Jesus Christus haben wir eben nicht nur einen Weisheitslehrer, der uns Tipps gibt, wie wir gut leben können. Das, ach, aber das, es geht darum, nein, er ist unser Retter. Das, was Ostern passiert ist, das ist das Entscheidende. Und das beschreibt Paulus ja hier auch, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist, worauf es hinaus zählt. Aber Weihnachten, das ist die Voraussetzung. Hier wird der Grundstein gelegt. Die Bibel ist überzeugt, dass Jesus bereits von Anbeginn der Zeit als Sohn Gottes bei Gott war. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bevor die Zeit beginnt, sind sie da. Jesus sagt das im Johannes-Evangelium mal so nebenbei. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, 2000 Jahre er bin ich. Der Sohn Gottes, müsst ihr euch vorstellen, er war in Herrlichkeit beim Vater. Dort ging es ihm gut. So gut, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Das ist der Himmel. Da machen wir uns Menschen manchmal drüber lustig, aber das ist ein Zustand, der uns übersteigt. Er war der Königssohn. Er kannte die Wärme Gottes dahin, wo sich unser Innerstes sehnt, gerade in dieser heiligen Nacht. Luther beschreibt es so, er ging aus der Kammer sein, dem königlichen Saal so rein, Gott von Art und Mensch ein Held, sein Weg er zu laufen eilt. Dieser Sohn Gottes hatte in der Ewigkeit alles, bis auf eins. Eins hat er nicht, einen menschlichen Leib. Und das hat er durch die Menschwerdung, dadurch, dass er in der Maria ein Baby wurde und dann zur Welt gekommen ist, hat er das bekommen. Das ist, was die Jungfrauengeburt beschreibt. Und Weihnachten, das erste Mal passiert. Gottes Sohn hat menschliches Fleisch angenommen. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Paulus beschreibt diesen Weihnachtshammer echt radikal im Römerbrief, Kapitel 8. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. So weit kommt der Sohn Gottes für dich herab in diese Welt. Er wird ein versuchlicher Mensch. Und Weihnachten wird diese Grundlage gelegt, dass ich in den Himmel kommen kann, dass du in den Himmel kommen kannst. Wir Menschen, die wir in unserem Egoismus drinstecken, was wir schmerzhaft erleben, dass wir alle was auf dem Kerbholz haben. Das, was die Bibel Sünde nennt. Und da, wo ich ein Ziel verfehle, da hat es eben negative Konsequenzen. Im Hier und Jetzt, das merken wir, wenn es Spannungen in der Familie gibt, gerade zu Weihnachten, wo es nicht harmoniert. Weil die Erwartungen, das ist ja das, was Weihnachten ist. Wir haben diese Sehnsucht nach dem Himmel. Und gerade Weihnachten soll das sein. Die harmonische Familie, dieses Perfekte, nachdem wir uns sehen. Und gleichzeitig haben wir Angst, weil wir merken, es steckt so viel Spannung drin. Und das ist ja gerade, wo wir merken, wir kommen aus der Sünde nicht raus. Das ist es. Und diese negativen Konsequenzen, die haben wir hier, aber auch in Ewigkeit. Die trennen uns in Ewigkeit von Gott. Und dass das nicht so ist, hat Jesus Christus diese negativen Konsequenzen am Kreuz von Golgatha auf sich genommen. Er hat gelitten. Du kannst es einfach eintauschen. Deine negativen Konsequenzen gegen seine Gerechtigkeit. Du musst dich nur vor Jesus beugen. Und das können wir in diesem Christfest tun vor der Krippe. Das ist ein wunderbarer Tausch. Er ist wahrer Gott. Und der Gott erlaubt seinem Sohn, diesen Weg für uns zu gehen, in Schmerzen und Streit. Das ist Weihnachten, meine Lieben. Drittens, der Weihnachtshammer ist allen Menschen erschienen. Weihnachten, das geht ganz klein los. Völlig unbedeutend. In Bethlehem, dann zieht es Kreise. Josef, Maria, die wurden vorbereitet durch den Engel. Josef im Traum. Maria hatte einen Tagtraum. Wird das auch nicht so richtig geglaubt haben. Und dann auf einmal ist die Geburt. Alles läuft völlig unspektakulär ab. Einfach. Nichts Besonderes. Kein Wunder. Und auf einmal stürzen so, naja, Leute, abgerissene Gestalten, die nach Ziegen und Schafen stinken herein. Und erzählen, der Engel Gottes hat gesagt, dass das der Heiland der Welt ist. Stellt euch das vor. Das ist nicht groß. Das sind viele Merkwürdigkeiten. Und etliche Wochen später schlagen Magier, also eine Art Wissenschaftler auf, die sich das leisten konnten, auf eine mehrjährige Reise zu gehen. Und bringen Gold, Weihroch und Mürre. Das sind die ersten Ausländer, Nichtjuden, die Jesus anbeten. Und das ist was ganz Wichtiges, dass diese Botschaft bis zu uns kommt. Überall auf der Welt. Und das verbindet uns auch. Überall auf der Welt wird heute Weihnachten gefeiert. Bewusst oder unbewusst. Jesus Christus ist heute auch zu dir gekommen. Und lass dich anrühren von dieser heiligen Nacht. Und er spricht, ich bin bei dir. Dein Leben ist nicht sinnlos. Nimm mich in dein Leben auf. Und ich will dir ewigen Frieden und ewiges Leben schenken. Denn das ist der Weihnachtshammer, der ganz merkwürdig erscheint. Aber die Gnade Gottes, die heilsame Gnade Gottes ist. Und der zu allen Menschen kommen will. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.